Hey Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Kanalvorstellung. Heute habe ich den Kanal von Raphael Ott. Er hat genau 102 Abonnenten und er macht Textvideos. Er hatte davor einen anderen Kanal, den er dann aber gelöscht hat und einen neuen gemacht hat, aber seine alten Videos hat er auf dem Kanal auch hochgeladen. Und ja, hier steht, was ich auch kreativ finde, dass er hier Mai, Juni, Juli und so weiter aufgeschrieben hat, wie viele Abonnenten er pro Monat bekommt. Und ja, hier steht, dass ihr motivierende Videos seht und ja, auf jeden Fall sind es nur Textvideos, aber die sind auch gut. Er erzählt Geschichten, er schreibt sogar ein Buch, darüber hat er sogar ein Video gemacht und ja, er macht auch Bilder, er macht auch Videos, wo er Bilder von süßen Tieren zeigt. Zum Beispiel hier Wellensittiche, Babys von Leoparden oder Katzen und so weiter. Er macht auch viele Rätsel, zum Beispiel hier Logik-Rätsel. Dann hat er noch Videos zu DSDS gemacht, also seine Meinung und so. Und dann hat er auch Videos über die DSDS-Gewinnerin gemacht. So, er macht auf jeden Fall Textvideos mit Geschichten, Rätseln, süßen Tierbabys oder normalen. Er treibt auch ein Buch, das heißt Der Phantatiker oder so. Keine Ahnung, warte, ich muss mal gucken. Mein, ja, Der Phantatiker. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischauen könntet. Lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Tschüss!